Was ich immer gut fand oder warum ich hier gerne studiert habe, war einfach, dass es war schon sehr familiär, war ein kleiner Fachbereich. Gegenüber zu anderen größeren Universitäten hat man hier halt den direkten Kontakt zu den Lehrenden. Man hat die Leute gekannt und man wurde auch sehr individuell gefördert. Was ich unheimlich charmant und gut finde, ist, dass der Fachbereich so klein ist und dass wir eine ganz intensive räumliche Nähe zu den Studierenden haben. Man kennt die Studierenden auch mit der Zeit und man verbringt auch viel Zeit miteinander und das ist natürlich schon ein sehr großer Vorteil. Während meines Studiums habe ich einen Professor maximal im Diplom gesehen. Also man kommt an die Fachbereiche ran, man hat den Kontakt zu den Professoren vor allem, von denen man ja die meiste Lehre halt bezieht, auch nicht nur in den Vorlesungen, sondern auch persönlich. Bei uns ist es fast täglich so, wenn es die Studierenden wollen. Die Betreuung ist sehr gut im Vergleich zu größeren Universitäten. Man kommt auch leicht mit allen ins Gespräch und man wird von allen Seiten gepusht. Ja, ich glaube, das wäre mir in Berlin zum Beispiel verwehrt geblieben. Wenn man interessiert an der Kunst ist und ein bisschen auch an so technischen Sachen, dann ist Architektur schon so ein guter Mittelwert, wie ich finde. Auch in der Architektur sage ich immer eine gute Portion Menschenkenntnis. Sachverständnis natürlich in der Vorstellung, was Architektur sein kann, also im Häuser bauen. Ja, also man sollte entweder ein Talent haben oder eine Begeisterung, weil sonst ist es nur Arbeit. Und schön wäre es einen gewissen Sinn für Ästhetik, Kunst, also Gestaltung im weiten Sinne und eigentlich eine gehörige Portion Interesse. Architektur ist 10 Prozent Inspiration und 90 Prozent Transpiration. Das Erste ist, dass man das, was man zu Papier bringt, sich also erdenkt. Am Anfang in der kreativen Entwurfsphase noch ein bisschen freier ist, dass man da inspiriert wird, dass man Ideen bekommt, einfach, die man dann skizziert. Und das Bilden und Ausbilden oder Bauen von Räumlichkeiten ist das Grundprinzip eines menschlichen Bedürfnisses. Und im restlichen Prozess geht es eigentlich nur darum, mit den handwerklichen Mitteln, die man gelehrt bekommen hat, diese Ideen aufs Papier zu bringen. Wo hat man das schon, dass man Ideen, Entwürfe, Skizzen, die man zu Papier bringt, irgendwann mal in Betongieß, in Mauerwerk baut oder sonstiges? Also Architektur hat immer was mit Materialien zu tun. Es ist nicht nur diese Vorstellung, wie in den meisten anderen Künsten, wie zum Beispiel bei den Malern. Klar, das ist eine Kunst, aber letztendlich hat es auch eine Funktion. Das ist vielleicht auch ein Schwerpunkt, gerade in Kaiserslautern, dass wir hohen Wert auf die baukonstruktive Ausbildung legen. Wir haben zum Beispiel zusammen mit den Bauingenieuren oft an Projekten gearbeitet. Ohne Baukonstruktion gibt es keine Architektur. Wo zum Beispiel unterschiedliche Mischungen von Beton untersucht worden sind und das wurde auch mit studentischen Arbeiten und Entwürfen verknüpft. Und im besten Falle schafft die Baukonstruktion Architektur. Also die Konstruktion, die wir entwickeln, sind gleichermaßen Architektur. Also ich versuche immer die Exkursion mitzunehmen. Wir waren jetzt schon beispielsweise in Istanbul, wir waren in Venedig. In Peking waren wir auch zwei Wochen. Wichtig auch für das Studium, dass man unterschiedliche Städte besucht und sich die Architektur anschaut. Das universitäre Studium ist für mich da, sich breiter aufzustellen. Also ich denke, das ist für beide Seiten sehr interessant, weil die Studierenden diese Erasmus-Programme dann wahrnehmen. Und auch für uns ist es wichtig, dass dieser Austausch stattfindet. Und das ist das Interessante daran, dass man in verschiedenen Facetten studieren kann, dass man die Möglichkeit hat, über den sogenannten Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur scheuklappentechnisch in seinem Fachbereich unterwegs ist. Also das macht das universitäre Studium aus. Also das macht das universitäre Studium aus.